Ich habe gerade auf der Karte geguckt, wo wir entbend, weil wir noch lang könnten, aber im Moment stehen uns keine Möglichkeiten offen. So richtig. Was ist das? Das ist doch garantiert wieder ein Spar-Lieger. Yeah! Bei dem kriegst du eben richtig schönes Treffer-Feedback. Ja. Dann weißt du wenigstens, was du getroffen hast. So eine gelbe Pflanze. Nimm sie auf. Eine exotische. Daraus kannst du dir wie gesagt eine Monade machen. Hier, was darfst du eine Pflanze? Eine Wurzel, oder? Eine Wurzel. Ja. Achtung! Da ist ein Hirsch! Ich bin verjagt mit meinem Schuss. Warte. Ich hab immer noch 500 coolen. Ich verballer hier die ganze Zeit alles und noch 500 coolen. Auge. ACH! ACHT! ACHT. ACHT! so wo ist jetzt oh nein ich habe mich merkt oder du war einer von den Schweinen ich glaube ich hätte nicht anleuchten sollen nee das wäre gleich gelegen wo ist er denn jetzt ach hier die einzelnen Blut tropfen so was soll die Blutspur sein wirst du dir auf dem Boden das soll die Blutspur sein ich hab dich angeschossen ich habe zweimal getroffen er hat zwei Pfeile von mir, den möchte ich wieder haben bist du hörst ich möchte meine Pfeile wieder wo ist er denn wo ist der kleine Frick hab ihn hast du ihn getötet ja wo denn hier wo ich hier stehe ich sehe nichts da ich hab ihn getötet ne ich sehe ihn nicht echt nicht nein ich hab aber nichts bekommen irgendwie mein Pfeil weder meine Pfeile noch irgendwas hier hinten liegt er was da liegt die mir liegt da hinten echt liegt der bei dir da auch nein mir lag er da vorne ich hab da vorne auch hingezielt ich hab da vorne auch hingezielt weißt ich hab da vorne ja getötet okay so jetzt haben wir gleich wenn du Pfeil hast so und das zurückzillen und den töten würde ich sagen ja ja oh nein oh ich bin da so ein Depp ey oh ne oh ne oh ne ist das Fleisch weg? ja oh ne ich hab das ausgewählt damit ich das gleich kochen kann haha und jetzt das Fleisch weg nein ach scheiße ach das lag doch da eben noch hier hä? ja das hab ich da hingeworfen das war eine Falle für die Zombies oh ne haha was ist das dumm haha dann noch ne Runde ja ok das kriegt auch Spaß ich muss langsam mal was essen warte mal kurz ja dann hörst du zu mir ganz warte mal kurz ich bin schon wieder dran haha es ist irgendwie so ungewohnt mit a b anzugreifen also mit r r da braucht ja nur eine heilplatte hier die ist denn hier oben das ist gut die heilplatte ne nehmen sie mit da ja ist noch hoch Oh, war das dumm ey! Ja und nee! Oh, ist er zu dumm. Nee, das ist eine weiße Pflanze. Die respawnen irgendwie immer die ganze Zeit. Krötehirsch. Oh, die ist noch eine gelbe Pflanze. Nehme ich auch noch mit. Oh, da sind aber ganz schön viele. Zombie-Party, yeah! Ich würde sagen, wir gehen hoch. Ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Ein Stock. Die Pflanze. Ich glaube, Pflanze. Oh. Was soll das hier? Nichts. Okay, kann wieder. Ja, Blut ist überall auf der Nase. Oh, fuck, zwei Dicke. Oh. 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 Das ist natürlich sehr gut, wenn ich direkt hinter dich hinstelle und dann mit dem Pfeil durchschieße. Das ist nicht schlecht. Hast du den Pfeil aufgesammelt eigentlich? Nein. Richtig. Ich... Ähm... Ich... 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 Okay. Du bist wieder dunkel? Ja. Du siehst immer die Gäben-Pflanzen. Ah, da sind die Zwiebel wieder. 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 Ja, da kommen wir nicht durch. Ne, warten wir schon mal. Okay. Ach, scheiße ey. Jetzt war das gleich nicht weggeworfen. Nein! Wer weiß, ob wir je wieder irgendwas finden. Wahrscheinlich gabst du einen einzigen Hirsch auf der Insel. Lass du es jetzt. Okay, ist klapp. Leider nur einen Hirsch. Ja, vielleicht... Game over. Kann ich einfach mit dem Hinterren den töten das Zeug nehmen? Ja, das hätte ich eigentlich auch gesagt. So... Fick dich. Der stuttet doch eh. Ich stuttet einfach. Ja, wir werden den eh danach töten, wenn er das Zeug bekommen hat. Ja, oder später. Oh oh. Kannst du auch auf Segen? Ähm... Nö, geht. Nur gerade zwei Fette hier gerade, die auch nicht zu wackeln. Hier im Bäuschen. So. So. Oh. Hier sind Zombies. In dem Lagerraum. Also in dem Schlafraum. Schlafraum. Ne, ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Aber... wie heißt das? Irgendwas mit Rice-Bast glaub ich. Das ist... Da ist jetzt auch neuer Teil rausgekommen. Okay. Ah, wie heißt das? Jetzt kann... Kann ich ein... Es so ein... Da geht's auch um Zombies, aber ist halt so... Ah, weiß nicht. Jetzt komm ich so. Ah, ich hab'n Punkt. Ich bin dann aufgestiegen. Ich hab'n Punkt. Ja, ist... Ja, steig du ruhig ein Level auf. Oh, ich hab' auch'n Punkt. Ah, ich... Ich geh's auf schwere Kost. Dann... ...hunger ich nicht so schnell. Ja, ich hab'n jetzt auch... Äh, dass ich nicht so schnell schlafen muss. Oh, 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 oh. Woah, uah... So. So. Jetzt sind wir auf, Ganze. Okay. Hier teilten sich auch. Ja. Viel Spaß beim Hirschsuchen. Ja. Wir dürfen auch nicht die ganze Zeit im Kreis rennen, ich glaub das ist ein bisschen unser Fehler. Hier ist ein Loot, auf jeden Fall. Da ist ne gerbe Pflanze. Ich kombiniere mal ganz kurz. Oh man, nein! Oh, ich würde sterben. Das war ich nicht. Ok, ich hab dich, ich bin immer noch gut über den Tessie nicht tot. Perfektes Timing. Bitte erstmal die Zombies. Ne, ich bin blittig. Er ist in unserer Falle gefangen. Du kommst ja nicht weg. Oh, das sind zwei Fette. Oh, wir rennen. Nein, ich mag kein Rennen den Zombies. Alter, ich bin noch so ein Vollidiot. Oh, ich bin schon wieder A. Ich drück immer B. Das kann davon nicht wahr sein. Wollte ich erstmal was? Wenn ich angreifen will, der möchte immer B. Stirb du Mistvieh, du Gollum! Ups! Das war ich nicht. Joa! Oh, oh, oh! Oh, oh! Können wir nicht einfach den Typen Zombie vielleicht geben? Kann ich das nicht aus? Möchte doch eh nicht. Wieso fressen die Zombies eigentlich gegenseitig? Ähm, haben sie mal getan im Zombie-Film, ich weiß aber grad nicht mehr wie er heißt. Komm, Schwabbel! Komm, Schwabbel! 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 Oh, genau! Schwabbel! Vielleicht können uns ja unsere netten Zuschauer sagen, wie der Zombie-Film hieß und wie sich Zombies auch mal gegenseitig gefressen haben. Das ist geil. Es gibt nämlich so überhaupt keinen Sinn, wenn sich zumindest nicht gegenseitig fressen. Ich wäre aber interessant, was Zombie-Film, wo sich die Zombie-Apokalypse selber auflöst, weil sie alle Zombies gegenseitig auffressen. Ja, das wäre gut. Das wäre bestimmt logisch, aber nicht grad spannend. Oh, oh. Ey, schon wieder. Hier ist ein Moment, wo ich kurz überlegen muss, was du musst jetzt drücken. Ich überleg da gar nicht, ich drück einfach das Fallschirm. Ich drück einfach B. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich tue es trotzdem. Oh, oh. Oh, nein! Oh, Wetter! Oh, Mann! Das ist doch nicht die Möglichkeit! Du suchst am besten Zeitpunkt ja auch! Ja! Nachts sterbe ich gerne! Weg! Weg! Ich würde erst sagen, wir gehen einfach auf die andere Insel rüber und kommen dann nochmal her, vielleicht. Ja! Vorausgehört, du stirbst nicht! Nee! Okay, gehen wir wieder! Tschüss, ihr Trottel! Ja! Aha! Aber wenn wir grad so'n schönen Cut haben... Ja? Dann würde ich mal hier einen Cliffhanger machen und sagen, wie es wohl nächste Runde weitergehen wird, ob wir den Hirsch finden werden, ob wir von der Insel entkommen werden, ob wir überhaupt noch hier durchkommen und dass ich ständig wiederbeleben muss. Ja! Das wär schön! Nicht mehr so viel sterben würde! Ja! Ich denke mal, das werden wir dann in den nächsten Folgen sehen! Dann würde ich sagen, das war's für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn du es wieder hast... How to survive! Mit How to survive! Richtig! Jetzt hast du mir ne schöne Abmoderation kaputt gemacht! Tut mir leid! Ich hoffe, du findest dich jetzt schuldig! Ja, bin ich! Okay! Ich darf mich auch einmal hauen! Komm! Zum Abschluss! Ja? Okay! So! Also, bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao! Ciao!